Das Justin Bieber, 24, Frenz und Hilary Baldwin, 21, wieder zueinander gefunden haben, wird schon lange gemunkelt. Nun scheint es den Beweis zu geben. Das US-Promi-Portal, TMZ, veröffentlichte einen kurzen Clip, der die beiden Stars-Entgumschlungen in New York City zeigt. In dem Video tauschen sie Küsse aus. Auf einem anderen Bild ist das Paar auf einer Parkbank zu sehen. Sie sitzt dabei auf seinem Schoß. Zuvor sollen Bieber und Baldwin auch schon gemeinsam in Miami gesichtet worden sein. Der Sänger postete auf Instagram ebenfalls ein Bild aus New York City, darauf zu sehen sind allerdings nur Baldwins Beine. Bieber ist darauf in die Hocke gegangen, um vermutlich mit einem Kind zu sprechen. Seine Freundin steht neben ihm. Bieber und Baldwin sollen bereits 2015 eine kurze Romanze begonnen haben. Halei hat Justin immer geliebt und sie sind Freunde geblieben, daher ist es keine Überraschung, dass die beiden wieder zusammengekommen sind, erklärte ein Insider, Uswikli. Bis zum nächsten Mal.